Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe eine Neuheit für euch in meiner linken Hand liegen und zwar von Magnum, die Shell Rockets. Eine Neuheit wie gesagt, schöne Kugelkopf Raketen. Wir haben hier sechs Stück enthalten. Wir haben hier pro Rakete 17,9 Gramm NF2. Eine Neuheit wie gesagt, 223er Schale steht hier sogar drauf. 107,4 Gramm NEM insgesamt. Ja, da würde ich sagen, let's go, testen wir. So, Magnum Shell Rockets Neuheit. Ich bin gespannt wie ein Bettlaken. So, wir holen die hier einmal alle wunderbar raus. So, sechs Stück haben wir hier. So. Dann schmieden wir die mal in Raketenstander. So, so. Die haben hier unten so pink, türkis, gelb, grün. Irgendwie sowas am Stil angemalt. Auch nicht schlecht. Kann man wenigstens wiederfinden, welcher welcher war. So, ich entferne noch mal ratzfatz die Kappen. So, dann gucken wir mal, wie die neuen hier sind. Ich würde sagen, wir machen hier mal, haben die verschiedene Farben. Wir machen mal hier Brokat Crown with Blue Stars, Brokat Crown und Brokat Crown with Silver Blink. Die kommen gut, Leute. So, dann als nächstes Golden Willow with Gold Blink, Brokat Crown with Green Blink und Silver Blink. Auf die Silber Blink bin ich sehr gespannt. Let's go. So. Die haben auch richtig Druck vorne, Alter. Kaufempfehlung geht raus. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Hawk offen. Oh, so. Und die werden die Abstraße durch.